Hallo und herzlich willkommen beim zweiten Übungsvideo zum Thema Integralrechnung. Wir werden in diesem Video eine Stammfunktion von einer gegebenen Funktion bestimmen. Dazu werden wir ein unbestimmtes Integral mithilfe der partiellen Integration berechnen. Los geht's! Wir sind auf der Suche nach einer Stammfunktion h für die Funktion h ist gleich x² mal e hoch x. Dazu müssen wir das unbestimmte Integral von x² mal e hoch x dx bestimmen. Das heißt, wir haben hier keine Integrationsgrenzen zu beachten, müssen aber bei der so erhaltenen Stammfunktion noch eine Kleinigkeit beachten. Dazu kommen wir aber erst später. Der Ausdruck x² mal e hoch x, den wir integrieren wollen, besteht nicht aus Summen, sondern aus einem Produkt zweier Funktionen. Das verkompliziert unsere Lage etwas, aber nicht wesentlich. Würden wir differenzieren, käme hier die Produktregel zur Anwendung. Das ist ein Hinweis darauf, dass uns die partielle Integration weiterhelfen kann. Partielle Integration, wir erinnern uns. Für zwei stetig differenzierbare Funktionen f von x und g von x gilt, das Integral von f' von x mal g von x dx ist gleich f von x mal g von x minus Integral von f von x mal g strich von x dx. Wir denken uns unser Integral von x² mal e hoch x dx als Integral von zwei Funktionen f' von x mal g von x dx. f' von x und g von x müssen wir jetzt wählen. Der Erfolg der partiellen Integration hängt von der richtigen Wahl von f' von x und g von x ab. Das Ziel ist, diese so zu wählen, dass das verbleibende Integral von f von x mal g strich von x dx einfacher ist als das Ausgangsintegral. Betrachten wir die Vorschrift für die partielle Integration etwas genauer. Der als f' von x gewählte Teil muss integriert werden, um f von x zu erhalten. g von x muss wiederum abgeleitet werden, um g strich von x zu erhalten. Wenn wir x² als g von x wählen, ist g strich von x gleich 2x. Das sieht schon etwas einfacher aus, oder? Wir wählen also f' von x ist gleich e hoch x und g von x ist gleich x². f von x ist dann gleich e hoch x integriert, was wieder e hoch x ergibt. Und g strich von x ist wie gesagt gleich 2x. Setzen wir ein. Das Integral von x² mal e hoch x dx ist gleich e hoch x mal x² minus Integral von e hoch x mal 2x dx. Hätten wir f' von x gleich x² gewählt, würde in diesem Integral jetzt e hoch x mal x hoch 3 Drittel dx stehen, was unser Vorhaben komplizierter statt einfacher gemacht hätte. Wir sind aber noch nicht am Ziel. Das Integral von e hoch x mal 2x dx sieht zwar einfacher aus als das Integral von x² mal e hoch x dx, bestimmen können wir es noch immer nicht. Doch es ist nicht mehr weit und wir haben alle dazu notwendigen Werkzeuge schon verwendet. Löse das verbleibende Integral selbstständig. Ich mache kurz Pause und zeige dir dann meine Lösung. Vergiss bei deinem Ergebnis nicht, alle entstandenen Terme zu berücksichtigen. Wie du dir bestimmt überlegt hast, wenden wir die partielle Integration ein zweites Mal an. Wir wählen wieder. f' von x ist gleich e hoch x und g von x ist gleich 2x. f von x ist dann wieder e hoch x und g' von x ist gleich 2. Wir setzen ein, wobei wir den vorderen Teil von oben abschreiben und das Integral entsprechend ersetzen. Das Integral von x² mal e hoch x dx ist gleich e hoch x mal x² minus eckige Klammer auf e hoch x mal 2x minus Integral von e hoch x mal 2 dx eckige Klammer zu. Bingo! Den Faktor 2 können wir vor das Integral schreiben und das Integral von e hoch x dx können wir locker bestimmen. Ist weiter gleich x² mal e hoch x minus 2x mal e hoch x plus 2 mal e hoch x integral von e hoch x dx. e hoch x integriert ergibt e hoch x. Ist also weiter gleich x² mal e hoch x minus 2x mal e hoch x plus 2 mal e hoch x. e hoch x heben wir noch heraus und erhalten e hoch x mal Klammer auf x² minus 2x plus 2 Klammer zu. An dieser Stelle müssen wir uns daran erinnern, dass wir hier eine Stammfunktion von unserer Funktion klein h von x bestimmt haben. h von x besitzt aber nicht nur eine Stammfunktion, sondern unendlich viele. Wir können nämlich zu der von uns berechnenden Stammfunktion eine beliebige reelle Zahl addieren, um eine weitere Stammfunktion zu erhalten. Dass das stimmt, können wir uns so überlegen. Die Ableitung unserer Stammfunktion muss wieder unsere Funktion klein h von x ergeben. Jede konstante Zahl c, die wir zu unserer Stammfunktion addieren, wird beim Ableiten 0 und fällt weg. Also addieren wir zu unserem Ergebnis noch c mit c Element aus den reellen Zahlen. Unsere Stammfunktion groß h von x ist somit gleich e hoch x mal Klammer auf x² minus 2x plus 2 Klammer zu plus c. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.